hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal begrüßen recht herzlich zu einer weiteren runde ls 22 hier aus der elms creek ja ich hoffe es geht es euch gut ihr seid alle gut drauf und es hat bis jetzt eine geile zeit gehabt in dieser folge dann mal stroh verkaufen ich leiche mal dazu hier von der befreundeten firma wo ich ausgeliefert habe den aufflieger aus für 500 euro wenn man schon mal ein günstiges angebot haben zum laien immer wieder und freunden dann soll man das auch nützen wir haben nicht mehr 7.000 liter stroh haben wir jetzt 110.000 liter drinnen das heißt wir können für 109 euro verkaufen wir es unten bei der bio dem energy weil wir noch nicht unten jetzt könnte es genauso gut bei vielen länden verkaufen wegen 1 euro auf oder oben das macht das graut auch nicht fetter auf 1000 liter obwohl da geht viel rein in den krippen so schön so schön Und dann Katschion Almost Da die Mäusung Katschion Katschion Und dann Wenn wir auf dieses Feld werden wir nachher Ölrettich raussagen werden wir Ölrettich raussagen auf das andere Feld wieder Raps Turbierweideausfall vorbei auf Ölrettich raussagen dass wir ein bisschen was für die Hühner haben und auf das andere werden wir die Hülse wo es da dabei ist werden wir aussagen dass wir uns auch von den Produkten die wir produzieren ein bisschen bergfächert aufstehen Schauen wir mal was wir für Heu kriegen weil 90.000 Liter Heu sollte ich glaube ich auch unten haben und so ist es auch ganz gut wenn wir ein bisschen auch Produkte haben die was Stroh produzierend ah na gut fahren wir halt da über den Hof das ist auf der Karten der Schweinehof der Bürgermeister hat mir irgendwas gesagt dass der langsam verkauft wird weil der schon lange da leer steht wer der Haare hat mir gearbeitet wie es denn hier ist der ist das ist der 6000 was können wir denn für das heu 150 euro beim johnson market jetzt machen wir noch mehr verkaufsrunden mit den heu ich glaube hier unten habe ich 9000 liter, so viel brauchen nämlich die pferde nicht ich würde mir gerne so einen kleinen klipper kaufen für steuner und was man so an kleinen transport wegen haben jetzt gefällt mir gut das sind wir rumgefahren wenn man da vorbeifahrt steht der lkw da da hinten war die spedition sieht man es nicht geht die transporte wie in der elms creek da war es jetzt ist es gefragt sind wir da ein zwei laster um mich stehen an die rampen ich bin zurückgefahren fahren wir zurück ich nehme die oberne einfahrt weil dann kann ich mich rückwärts unter den unter den trigger hineinfahren ich nehme die oberne einfahrt weil dann kann ich mich rückwärts unter den das ist der punkt wo man normalerweise beim Fenster auszuschauen Dann geht man ihn mit einem erfolgreichen Topf ab Ah, heute haben wir gerade 46.000 Egal, fahre ich mir nur die Wagen auf Da fahre ich noch etwas, oder fahre ich noch etwas Das ist die frühen Woche, wenn ich etwas brauche Dann fahre wir schnell die Runde hoch und den Pol machen Vor allem die Geräte schauen gerade etwas gebraucht aus Ich habe keine Angst, der Viehhindler hat gesagt Ich brauche es gerade Es ist selber wer da Es muss eine Betreuung da sein Für die Tiere in der Nacht Wenn etwas wäre Die Security weiß Bescheid Weil sie kommen Wie gesagt, wenn wir uns da die Spedition ein bisschen Oder in der Spedition ein bisschen was aufbauen sollten Dann schreibt es meine die Auflieger Ich werde das eben auch von das voll machen Weil Ich schauen möchte, wo ich mit dem da oben auch reinkommen Sollten wir uns mal selber dem zulegen Ah, jetzt steht doch ein Lodibum drin Jetzt steht ein Lodibum drin Ich werde das nicht ¡Such! Ich schaue das jetzt ein Lodibum drin Und dann steht ein Lodibum drin Also steht ein Lodibum drin Ich aos schaue das denn Ich werde das noch nicht Ich bin die Lodibum drin Ich bin die Lodibum drin wir haben da eh die autobahnen herum und dann geht es gleich auf die autobahnen richtung johnson market so bringen wir da vorne an auf dem highway da waren wir eh noch nie also mein wissens lesen die ganzen folgen waren wir noch nicht auf dem highway so da so man sieht country roads laft im trakastyle sitzen wir hier das war natürlich jetzt ein genialer motto in einer entwickelt dass man nicht nur pkw aus kai vollzieht sondern auch der vorzeuge was scheint hier beim händler hat in verschiedensten kombinationen das war wirklich einmal so ein geiler mod so ein traffic mod und jeder wo es mit verkehr spielt sowie ich bin auf dem server ohne verkehr ohne verkehr das ist das ist brutal also wie leer das dann eigentlich die kauten ist wenn nur deine mitspieler unterwegs sind so so Ich frage mich, was der Johnson-Market mit Heu möchte. Heu da! das ist jetzt nicht geplant gewesen, ich habe echt gemeint der von grad aus weiter sie haben ihn zwar schneller gemacht aber sie haben ihn auch brutaler gemacht sie haben ihn jetzt nicht eigentlich intelligenter gemacht wenn machst du das genau im ETS, gell, dann bleibt der Verkehr in mir stehen es ist lust, was du wirst du hast gesagt, du zuerst ein Haufen 20.000 Euro haben wir jetzt, das heißt was hat der in vielmenge 4000 liter 13.000 ok nur hinten passt dann haben wir noch 6000 übrig, das heißt die nehmen wir gleich her, dass wir einen Kredit zurückgezahlt haben dann gehen wir noch mal 500 Euro weg für die Mietgebühr gut, gut, gut was war das? Zerstörung pur würde ich jetzt hier mal so sagen die preschen einfach über die Räuterlinie drüber ohne Rücksicht auf Verluste der liebe James Arbeiter der da kein Verkehr habe es wirklich ich habe es ihn zwar schneller gemacht aber ich habe es ihn nicht unbedingt intelligenter gemacht also der ist jetzt gerade gefragt, wie ich blink, gell, auf der Playstation L1 gedrückt halten und den Steierkreuz nach rechts umgedrucken, dann blinkt es auch nach rechts freitag 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 montag so dann gehen wir den Auflieger zurück überweisen da das Geld und dann muss ich sagen fahren wir rüber zurück in die dann hopfen wir miteinander einen Tag für euch nein, das geht nicht, ich muss noch nein, das geht nicht ich muss noch ich muss noch ich habe noch Arbeit bevor ich schlafen darf wie im Spiel ich muss noch vier Pferde ausreiten ich muss noch vier Pferde ausreiten da 38 50 40 40 40 20 41 42 42 42 43 45 42 das heißt die muss jetzt da überweisen den händler ein händler muss sie nur überweisen ich habe das gt transportunternehmen wahrscheinlich schon krankst wir kaufen genau das gehört was sie es wird aber wir kaufen genau das was ich wollte das geld kommt da noch mit 500 fürs lauen opa das wird zu ich wollte eigentlich ich wollte einen hunderter überweisen für den unfall für die eventuellen reparaturen die eventuellen reparaturen wollte ja gerade noch etwas überweisen ein hunderter na gut meine lieben sportfreunde dies war es aber für diese verkaufsrunde ich hoffe ich hab's spaß gehabt beim zuschauen wenn ja würde mir über einen daumen nach oben freuen über das eine oder andere kommentar natürlich auch wer lust und laune hat der komme gerne abonnieren die glocke aktivieren so dass wenn es hier aus der elms creek weiter geht nichts mehr neues versammt wird und dann wünsche ich noch bis zum nächsten mal einen schönen tag einen schönen abend und schöne nacht einen wunderschönen guten morgen lieber sportsfreund liebe sportsfreundin je nachdem wann dass du dir hier dieses video schaust vergesst mein leitspruch nicht respekt von respektieren in diesem sinne bleibt mir gewogen auf allem mein team sportsfreunde dies ist viel wichtiger bleibt mir gesund bis zum nächsten mal euer hb servus